Sehr geehrte Fahrgäste, unser nächster Halt ist in wenigen Minuten Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Die Ankunft heute mit einer Verspätung von 10 Minuten. Die Verzögerung in der Weiterfahrt ist entstanden durch einen Raubalarm im WC. Ein Fahrgast hat auf dem WC geraubt und hier noch einmal für Sie alle zur Information, das Rauchen ist im Zug nicht gestattet. In Frankfurt am Main Hauptbahnhof haben Sie Anschluss an den ICE 690 nach Berlin-Gesundbrunnen, über Leipzig Hauptbahnhof, Berlin-Südkreuz, Berlin Hauptbahnhof, die reguläre Abfahrtzeit 12.13 Uhr, heute voraussichtlich 12.57 Uhr vom Gleis 8, an den ICE 16.52 Uhr nach Wiesbaden Hauptbahnhof, über Frankfurt Flughafen Fernbahnhof, Mainz Hauptbahnhof, reguläre Abfahrtzeit 12.41 Uhr, heute voraussichtlich 12.54 Uhr vom Gleis 6, an den ICE 279 nach Basel SBB, über Mannheim Hauptbahnhof, Karlsruhe Hauptbahnhof, Offenburg, reguläre Abfahrtzeit 12.49 Uhr, heute voraussichtlich 12.51 Uhr vom Gleis 6, Entschuldigung vom Gleis 9, an den ICE 2578 nach Kassel-Wilhelmshöhe, über Friedberg, Gießen, Marburg, reguläre Abfahrtzeit 12.51 Uhr, heute voraussichtlich 12.53 Uhr vom Gleis 11, an die Regionalbahn 10 nach Neuwied über Frankfurt-Höchst, Wiesbaden Hauptbahnhof, Koblenz Hauptbahnhof, pünktlich um 12.53 Uhr vom Gleis 23, und an den ICE 625 nach München Hauptbahnhof, über Aschaffenburg, Würzburg und Nürnberg Hauptbahnhof, um 12.53 Uhr vom Gleis 7. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte achten Sie auf Ihre persönlichen Gegenstände und auf Ihr Gepäck. Bitte lassen Sie nichts zurück im Zug. Das Team von DB Regio bedankt sich bei Ihnen, wünscht Ihnen noch einen schönen Tag, sowie eine angenehme Weiterreise. Sehr geehrte Fahrgäste, dass Sie die ländlichen Landesbahn begrüßen Sie im Regionalexpress 98, im Regionalexpress 99 und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Bitte beachten Sie, dass in Gießen die Wagen geteilt werden. Dieser Zug besteht aus drei Wagen. Der vordere Wagen fährt nach Kassel Hauptbahnhof, über Marburg, Treiser Borden, Fahrbahn, Kassel-Wilhelmshöhe. Der mittlere Wagen fährt bis nach Marburg an der Lahm und hält ab Gießen auf allen Bahnhöften. Und der hintere Zug wird weiter nach Siegen fahren, mit Haldenwetzlar, Herborn, Wilburg und Haiger. Bei Bedarf haben Sie ab Gießen letztmals die Möglichkeit, in den jeweils richtigen Zugteil umzusteigen. Auf den Anzeigen in den Zügen können Sie ja sehen, ob Sie im richtigen Zugteil sitzen. Unser nächster Halt ist Friedberg. Letzte Fahrgäste, beachten Sie, wir lassen hier im Kontoshaus wieder einen anderen Zug vor. Aus diesem Grund fahren wir denn hier in wenigen Minuten erst weiter. Wenn wir links rausgucken, der Pferd ist schon vorbei. Also es dauert gar nicht so lange, wir fahren in Kürze weiter. Zug voraus und wir hinterher. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir unseren nächsten Halt Fulda. In Fulda haben Sie Anschluss an RE50 nach Frankfurt-Main-Hauptbahnhof über Schlichtern um heute 10.17 Uhr von Gleis 1. Am Flix Train 10 nach Berlin-Gesundbrunn über Erfurt um 10.11 Uhr von Gleis 7. An den IC 374 nach Hamburg-Alternau über Kassel-Wilhelmshöhe um 10.24 Uhr von Gleis 6. An den IC 1557 nach Dresden-Hauptbahnhof über Bad Hersfeld, Erfurt-Leipzig um 10.17 Uhr von Gleis 7. An der RB 5 nach Kassel-Hauptbahnhof über Bad Hersfeld, Bebra, Kassel-Wilhelmshöhe um 10.20 Uhr von Gleis 8. Und an HLB RB 52 nach Gersfeld über Eichenzell um 10.20 Uhr von Gleis 9. Wir verabschieden uns von den Reisenden, denn voller Aussteigen und wünschen noch einen schönen Tag. Nach einem kurzen Aufenthalt fährt dann dieser Zug weiter nach Bebra mit in Halten, Hünfeld und Bad Hersfeld. Guten Tag sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie auf der RB 58 Richtung Frankfurt-Main-Hauptbahnhof über Maintal-Ost. Die hessische Landesbahn und Ihr Team wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt, Hanau-West. Sehr geehrte Fahrgäste, zu Ihrer Information, der Regionalzug 15 nach Bad Homburg um 15.50 Uhr von Gleis 2 Welt aus. Nehmen Sie dann den Regionalzug 15 nach Bad Homburg über Säulberg um 16.20 Uhr von Gleis 2. Zu Ihrer Information, der Zug nach Gräven-Wiesbach um 16.13 Uhr von Gleis 2 Welt aus. Unter anderem hätten Sie dann auch noch zusätzlich Anschluss an den S5 nach Frankfurt-Süd über Bad Homburg, Frankfurt-Rödelheim und Frankfurter Hauptbahnhof um 16.08 Uhr von Gleis 5. Wir kommen in Friedrichsdorf-Aufgleichs 5 an. Aufstieg wäre da in Fahrtrichtung längs. Sehr geehrte Gäste, herzlich willkommen im RL 4. Fahrt nach Mainz-Hauptbahnhof über Frankfurt-Höchst. Hochheim, wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Herr Main, Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Reise mit einer Ausstieg. In Frankfurt werden alle Fahrbahnmöglichkeiten-Anschlusszüge erreicht. Das Lok- und Zugpersonal verabschiedet sich hier bei allen Ausstiegsreisenden und wünschen einen an Ihren Mann. Tschüss und auf Wiedersehen. Nächster Halt. Frankfurt am Mainz-Hauptbahnhof. Reisende mit einer Ausstiegung. Dieser Zug endet. Liebe Fahrgäste, darüber hinaus bitten wir Sie noch, Ihre Schuhe nicht auf unsere Sitzpolster abzulegen. Dies zieht 40 Euro Reinigungskosten nach sich.